ARD Text im Auftrag von Funk Wow! Fuck, 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 fuck! Oh yeah! Shit! Ja, ist so. Ich fahre mit dem Motorräder nennen, falls es passt. Oh ja, das war geil. Oh, shit. Das war zu der Zeit, wo du noch nicht spielen konntest. Ja. Ja, damals. Das waren Zeiten. Ja, dass du nie mitfahren konntest. Das haben wir so gelangt. Nein! Wir durften das ja. Nein! Oh, ich... Oh, okay. First Person ist heftig. Fuck! Ich bin mir wahnsinnig gefallen. Ich muss noch mal ganz so hoch fahren. Yeah! Oh, what the fuck, der Stein. Oh, shit. Stein. Jetzt fall ich ganz runter. Ich krieg mich nicht mehr auf die Seite gedreht. Oh, Mann. Er macht Sinn, heilig. Das wird so, so kaputt. Scheiße, ich bin auf der falschen Seite, ey. Oh Gott, das schaff ich doch noch. Aber gut, dass das Ding so viel Grip hat. Das hilft dir echt. Fast 90 Grad Steigung, ich komm hoch. Wie gut, dass ich nen Truck hab. Oh! Der wird so fett ist. Und rüber gegen den Rausch. Oh, hallo King. Hi. Oh, ich krieg deinen ganzen Staub in die Fresse, ey. Nein. Oh, shit. Da war ich richtig um. Oh, oh, oh. Zauber. Nein. Oh, tschüss. Shit. Ah, ich hab auch Glück. So. Ja, sieben. Nein, warte. Verstanden. EZ. Fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck, fuck. Oh, shit. Boah, das wird wirklich. Starke Bremsen. Oh, fuck, 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 fuck. Die Stadtklapp noch wieder hoch. Ah, fuck, 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 fuck. Nicht so sehr. Also ich komm hier wieder hoch bei dem Auto. Ich glaub ich bin ganz oben. Ich bin nur grad in so ner Schneise drin, das ist ganz schreißen. Gehen? Hm? Gehen? Ja. Ich bin da. Scheiße, nein. Zu steil. 85 Grad sind zu steil. Ja. Okay, ich bin da. Ich nehm dir einfach nen Weg. Ah, hier komm ich hoch. Nice. Jo, ich schaff's. Oh, ich seh da hinten. Passt. Oh, der fand's hin. Ja. Wer ist das eigentlich der da ganz 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 hinten ist? Oh. Ja. So frage ich eigentlich noch. What the fuck. Wer steht da? Wow. Ich hab gepackt. Oh, da macht er wieder ein Abgren. Nö. Oh, meine Motorhaube machen. Ja, hast du was gesehen. Oh, pass auf jetzt. Oh. Oh. Ich steig euch da aufs Dach da oben, ey. Pass auf. Ja. Yo. Ich bin. Tschüss. Sefa, möchtest du irgendwie wieder Rückkehr zu hoch? Schade, er hat sich gepackt. Headset. So, welche Richtung wollen wir runterfahren? Hi. Warte. Runter. Moment. Oh, okay. What the fuck, das hab ich grad nicht gesehen. Oh, 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 oh. Guck mal mit, guck mal mit. Vorsichtig aber. Die Richtung? Diese Rampe. Oh. Ja, von mir aus. Alter, schiebt das nicht. Oh, Leute. Lass mal aufeinander hier. Ich fahr mal unten. Nee, du. Oh, scheiße. Nehmen wir die. Nehmen wir die. Nicht schieben, nicht schieben. Okay, warte. Ich, warte. Ich will anlaufen. Geht weg. Der fällt doch nur noch. Wie so'n Stein. Okay, danach der gepanzerte Wagen. Und dann ich und dann Till. Okay. We fall. Oh, oh. Oh, shit. Oh, oh. Nice. Oh, oh. Ich mach's einfach rückwärts und wieder vorwärts. Ja. Und ne Rolle. Ja. 360. Seitwärts. Und noch einen. Ich bin schon wieder auf dem Reifen. So einen. Oh. Ey, wir müssen echt versuchen, dass es halt so eine Expedition ist. Oh, no. Was passiert hier? Nein, ich häng fest. Stimmt. Oh. Oh, fuck, Steine. Oh, da ist meine Tür. Oh, da ist meine Tür. Die Tür. Ich hab wieder gefunden. Oh, oh. Ja, kaum merkbare Schäden am Auto. Loll, ey. Ich hab keine Türen, keine Motorhau. Oh, ich hab auch beide Türen. Was zum Teufel? Ich hab schon die Türen. Was hab ich denn da die ganze Zeit verloren? Was ist das denn? EZ Oh, Bahnstrecke Da kommt auch gerade der Zug angebrettert, du solltest dich beeilen Man kann doch auch den Zug springen Wie sieht meine Augen aus? Ziemlich gut Ich hab schon mal geschafft, auf den Zug aufzuspringen Ich hab das Bild hab ich dir geschickt, Till Ja, das ist eigentlich auch gut Womit hast du das gemacht Mit dem Kuruma Den Zug in da, ja Ah, fast Dome kann da so reinfahren in den Anhänger Haha Zölge weg 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 LOL Ich kann da nicht was machen Oh, na ne Das wird eng Das wird durch Shit Shit, shit Alter, ihr müsst mir meine hinteren Reifen angucken, Alter Nee, ihr müsst auf einem Weibwein spielen Juhu Weiß ich doch, ich versuch nur nebenher zu fahren Alter, meine Reifen sind auch richtig durch, ey Vor allem mit der vorderen Ich hab da... Ja, 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 nein, nein Fass Jo, er schickt euch Er schickt euch Ich hab das schon mal geschafft, aber das war richtig, richtig schwer Das ist komplette Glückssache Jungs, ich bremse hinaus Das bringt nichts Das bringt nichts Bin ich nicht Explodierst du bei Tilly springt einfach drüber Auch gut Alter, meine Hinterreifen, Alter, die sind so Auf der linken Seite sind jetzt Möglichkeiten rein zu springen Ich hab immer noch einen Kaffeebecher bei mir im Auto stehen Der hält 1a durch Oh, oh Oh, oh Jetzt Ich komm nicht mehr dran vorbei Scheiße 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 Alter, meine Vorderräder sind so am Arsch, Alter Was soll ich denn sagen? Nichts Mal gucken, was für ein Auto nehmen ist damit Muss ich auch schon da einholen Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Zur falschen Zeit wieder hoch Muaah Da hinten seid ihr erst, oder? Ach ne, obwohl, ne, ihr seht nur sowas Der NPC ist voll gegen den Zug gebrettert Der NPC ist voll gegen den Zug gebrettert Jungen, wie schnell ist die Karre denn, ey? Heftig Ja, verkackt Zu langsam Oh, fast Das Rauskommen ist genauso schwer, wie das Ja, fahr doch Komm, ne Karre ist doch den komprimiert, Alter Mann, scheiß Verlesen, es war so klar Oh, Gott So ein Krüppel jetzt Sieht aus wie so'n, äh, Strand Buggy, so ne Art Ja, genau Oh, ich hab die, oh, ich hab die Jai Oh, nein Oh, oh, oh Fuck, lass mich Oh Ja, nein Fuck Ah Ich hab halt kein Handling mehr mit dem Teil, also Mein Auto brennt, mein Auto brennt, mein Auto brennt, ich will es aber trotzdem noch schaffen. Das war's, shit. Das war's, shit.